Keine Chance ihr Schwein! Okay, die Leiter ist futsch. Kommt doch weg da! Alter! Scheint ein ganzes Dynamitlager zu haben. Das bringt ja nichts Scheiße. Was war denn das Kumpel? Der brennt mich. Will der mich verarschen? Oh Gott! 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 Ja, da hast du wohl recht. Komm, tschüss. Alter, wie viele Leute das sind. Das gibt's ja gar nicht. Fuck. Clara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komm ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommen sie ja damit über die andere Seite. Oha. Okay, schon unterwegs. Okay. Ich sag mal erstmal ein bisschen Zeug rein. Da liegt auch noch einer. Ich sammle erst mal das Zeug von denen ein. Na, da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Na, komm schon. Passiert jetzt irgendwas? Ah, jetzt bin ich richtig. Oh Mann. Hat jetzt aber auch lang genug gedauert. Ich hab's wahrscheinlich rausgeschnitten. Damit's nicht so langweilig ist, für euch mir zuzugucken, wie ich da... Ich da rum suche wie so'n Bekloppter. So. Na, ich soll da rüber. Was hat's mit diesen Dingern auf sich? Versteh ich nicht so ganz. Ach so, dann kann ich dagegen schießen. Ich versteh, ich versteh. Alles klar. Na, das war jetzt nicht so clever. Mädel. Jetzt üben wir nochmal. Die Outsiderin. Und tschüss, Jungs. Du lebst noch, ja? Nicht mehr lange. Alles klar. Pfeile nehmen wir mit. Na, los geht's. Komm, zeig dich. Fuck. Noch der mit seinem scheiß Dynamit. Ich krieg mir noch was. Picks. Sag mal, der ist nicht tot. Mich verarschen. Und tschüss, Kumpel. Hä, der hat doch das Dynamit fallen lassen, oder? Wow, 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 wow. Wow. Komm der denn her, ey? Komm der denn? Weißt du was weg? Nicht im Arsch. Fackel dich ab. Nein, nein. So, jetzt aber. Scheißkerle. Oh, noch mehr. Oh, Drecksack. Ups. Wollte ich eigentlich nicht verschießen. Schauen wir doch gleich nochmal da runter. Das sieht doch schon so aus, als gäbts hier irgendwas umsonst. Alles klar. Ach, wieder ein Grab. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ne, ich glaube, den Sprung schaffe ich nicht. Okay, wir gehen jetzt mal ins Grab gucken. Wollte ich fast mal behaupten. Das ist wieder ein Wager. Es kam jetzt aber auch kein Hinweis von wegen Grab. Deswegen bin ich gerade etwas irritiert. Oh, kein Licht, oder was? Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Das letzte Mal, als ich vor dem Grab stand, kam mir so ein Hinweis von wegen, ich bin jetzt in der Nähe von einem Grab. Aber diesmal... Und da geht's wieder zurück, glaube ich. Egal, wir schauen uns einfach mal weiter. Hm, kein Plan. Vielleicht eine Wolfshöhle? Das war jetzt wahrscheinlich einfach nur eine Abkürzung, oder so. Ah, oder auch nicht. Kammer des Gerichts. Alles klar. Schauen wir doch mal. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solare die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Okay, okay. Schauen wir doch mal. Ich muss anscheinend wieder irgendwas mit Kanistern machen. Kurz gucken, was wichtig ist. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Da ist eine Leiter. Okay, das war's. Bringt das, wenn ich da irgendwie... Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich kann mal da hochklettern. Oh, da komme ich gar nicht dran. Okay, ich verstehe. Ah, ich verstehe auch was anderes. Hier ist so eine Art... Wie nennt man's? Schaukel? Okay. Was ist denn das? Ist das ein Ofen, oder was? Hm, oder funktioniert das doch nicht? Ich bin grad etwas unsicher. Na doch, also theoretisch funktioniert's schon. Praktisch bloß nicht so ganz. Nein, das war... Sehr knapp. Aber es bleibt schon mal stehen, so. Ah, guck mal kurz, was da passiert. Ah, dann kann ich das kaputt machen einfach. Oder? Ja, genau. Okay. Na, das ist das andere runtergefallen. Hat das auch runtergefallen? Nee, 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 nee. Komm, bleib drauf. Nee, kaputt machen wollen wir so nicht. Dass man die auch aber einfach nicht ablegen kann. Irgendwie ganz normal. Irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja, da hat es Platz liegen. Geben wir's nochmal. Boah, sag mal, das war ja megaknapp. Das anderes fällt mir aber auch grad nicht ein. Ich probier's nochmal. Yes. Nice. Also den da brauch ich gar nicht. Der unter mir ist. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Alles klar. Nächstes Grab geschafft. Das ist ja geil. Geil. Rutschpartie durch die Röhre. Okay, ja, die Schweinebacke. Nice. Ist ja klar. Dann bilden wir den Punkt gleich nochmal ein. Genau. Machen wir mal wieder mal ein Kämpfer-Upgrade, ne? Ja, machen wir mal ein Kämpfer-Upgrade. Axtexperte versetzen die Verhandlungen. Ah, okay, dann sterben sie anscheinend sofort. Ausweich-Konter. Auch nicht schlecht. Das ist klar. Ich mach erstmal Axt-Experte, glaub ich. Alles klar. So oft war ich noch nicht im Nahkampf, von daher weiß ich gar nicht, ob das jetzt so sinnvoll war. Aber egal. Scheiß drauf. Ja. x 21